Hallo liebe Zuschauer, habt ihr in den letzten drei Jahren eine mRNA-basierte Impfung bekommen? Macht ihr euch deswegen Sorgen? Würdet ihr die Spike-Proteine in eurem Blut lieber loswerden? Herr Dr. Dirk Wiecher bietet Hilfe an. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und einer der führenden Mitter- und Tränenmediziner weltweit. Seine Praxisphilosophie ist stets ursächlich, ganzheitlich und natürlich. Mitter- und Tränenmedizin. Einer der am krassesten missbrauchten Begriff schlechthin. Franzi arbeitet seit über einem Jahr an einem Video zu diesem Thema und ich kann euch nur sagen, es ist ein wahrer Skandal. Das werdet ihr noch sehen. Wir bleiben aber heute bei dem Herrn, der auf seinem YouTube-Kanal für unwirksame Pseudotherapien und sinnlose diagnostische Methoden wie Eigenbluttherapie, Schwermetalausleitung und Bioimpedanzmessung wirbt. Seit der Pandemie macht er fast ausschließlich Videos zu den Themen Corona und Impfung, in denen er leider Unwahrheiten und Lügen erzählt. Dieser kennen wir schon sehr gut. Ich möchte mich damit heute auch nicht so im Detail weiter beschäftigen. Er bietet aber noch etwas an, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Ausleitung von Spike-Proteinen. Lasst uns das so gleich reingucken. Herzlich willkommen zu meinem heutigen Videobeitrag. Es gibt wieder etwas Neues. Und zwar haben wir ja zuletzt festgestellt, dass wir die Spike-Proteine nachweiten können. Und dann kam ja die Frage, wie werden wir sie denn wieder los? Das kennt wahrscheinlich jeder von euch. Viele Menschen sind überzeugt, dass Spike-Proteine nach einer Impfung für die Ewigkeit immer wieder gebildet und im Blut zirkulieren würden. Das ist falsch und ich bin mir sicher, dass jeder einfach nachvollziehen kann, warum. mRNA-Impfungen beinhalten ja mRNA, die in den Zellen durch körpereigene Mechanismen in ein Eiweiss übersetzt wird. mRNA ist der Bauplan für ein bestimmtes Eiweissmolekül im Fall der Covid-Impfungen für Spike-Proteine. Nach der Übersetzung wird aber jedes mRNA-Molekül abgebaut. Das mRNA-Molekül ist von Natur aus sowohl physisch als auch chemisch instabil. mRNA zerfällt und wird auch im Körper sehr schnell abgebaut. Die meisten Moleküle leben womöglich nur wenige Minuten lang. Die Lebensdauer kann aber deutlich variieren. Eins steht aber fest. Früher oder später wird jeder mRNA vernichtet. Sobald mRNAs in das Zytoplasma eintreten, werden sie übersetzt, für eine spätere Übersetzung gespeichert oder abgebaut. mRNAs, die zunächst übersetzt werden, können später vorübergehend in ihrer Übersetzung unterdrückt werden und alle mRNAs werden letztendlich mit einer definierten Rate abgebaut. Das heißt, wenn keine mRNA mehr vorhanden ist, können keine erneuten Spike-Proteine mehr gebildet werden. Wie lange persistiert also die mRNA aus der Impfung? Das ist schwer zu beantworten. Es gibt eine ganz neue Studie dazu von September 2023, die genau diese Frage beantworten möchte. In der steht, Es gab bisher sehr wenige Studien, die die Verteilung und Persistenz von SARS-CoV-2-MRNA-Impfstoffen im Menschen bewerteten. In einer Studie, die menschliche axilläre Lymphknotenbiopsien verwendete, wurde berichtet, dass das Spike-Protein und die Impfstoff-MRNA bis zu 60 Tage nach der Impfung persistierten. In dieser Studie wurde das Spike-Protein auch bis zu 7 Tage nach der Impfung im Plasma nachgewiesen. mRNA wurde in zirkulierenden weißen Blutzellen bis zu 6 Tage und im Blutplasma bis zu 15 Tage nach der Impfung nachgewiesen. Unter Verwendung hochsensitiver Einzelmoleküle-Array-Assays wurde Spike-Protein im Plasma von Patienten bis zu 28 Tage nach der letzten Impfung nachgewiesen. Zirkulierende Exosomen, die das aus dem Pfizer-Impfstoff stammende Spike-Protein enthalten, wurden bei Patienten 4 Monate nach der Impfung festgestellt. In dieser Studie wurden 25 verstorbene Patienten untersucht, 20 von denen waren geimpft und die Impfung stand mit dem Tod nicht in kausalem Zusammenhang. Eine andere Studie untersuchte 108 Patienten mit Hepatitis C und fand, dass man mRNA-Bruchteile bis zu 28 Tage nach der Impfung im Blut finden kann. Neuere Studien diskutieren einen möglichen Zusammenhang zwischen den seltenen Herzmuskelentzündungen, die bei etwa 2 von 100.000 Geimpften auftreten können, und zirkulierenden Spike-Proteinen. Der auffälligste Unterschied bei Jugendlichen, die nach der Impfung eine Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, entwickelten, im Vergleich zur asymptomatischen Gruppe war das Vorhandensein einer überraschend hohen Menge an vollständigem, ungebundenem Spike-Protein, das bis zu 3 Wochen nach der Impfung nachweisbar blieb und irgendwie der Antikörpererkennung entging, trotz des Fehlens signifikanter Unterschiede zwischen den beiden Gruppen in Bezug auf die Antikörperproduktion und Neutralisationskapazität. Ich habe lange und ausführlich recherchiert und die genannten Zahlen waren überall gleich. mRNA und Spike-Proteine persistieren nur ein paar Wochen lang, dann verschwinden sie. Das ergibt natürlich auch Sinn, wenn man Grundkenntnisse der Molekularbiologie besitzt. Und dadurch stellt sich gleich die Frage, warum ist eine Befreiung von Spike-Proteinen überhaupt notwendig? Wem will Herr Wichert eigentlich helfen? Wenn man sehr genau zuhört, findet man gleich im ersten Satz einen Hinweis. Hört bitte ganz genau zu. Es gibt wieder etwas Neues, und zwar haben wir ja zuletzt festgestellt, dass wir die Spike-Proteine nachweiten können. Wir haben zuletzt festgestellt, dass wir die Spike-Proteine nachweisen können. Wer ist wir und wieso haben sie das jetzt festgestellt? Mit welcher Methode werden diese Proteine nachgewiesen? Das klingt wirklich spannend. ... dann wieder los. Und wenn wir sie denn loswerden wollen, was bewirkt denn das bei den Patienten? Wir werden diese Proteine alle automatisch los, da sie und auch die mRNA durch unsere Zellen abgebaut werden. Und das bedeutet nichts weiter für die Patienten, da das ein natürlicher Prozess ist, der automatisch abläuft. Und so habe ich in der Vergangenheit bei einigen Patienten recht positive Rückmeldungen bekommen, die mit einer ME-CFS oder Long-Covid-Symptomatik, in der Telat-Therapie, die über vier Stunden läuft, gearbeitet habe und dabei zunächst nie zusammen mit den Spikes kontrolliert habe, sondern mich allenfalls auf die toxischen Metalle bezogen habe und habe auch unterschiedliche Chelatoren eingesetzt. Der eingeblendete Hinweis stellt eigentlich schon das im Videotitel genannte Versprechen infrage. Aber ich weiß inzwischen ganz genau, wie subjektiv die Wahrnehmung des Zielpublikums ist. Sie werden es nicht merken. Was sind also Chelatoren? Chelatoren sind spezielle chemische Verbindungen, die in der Medizin verwendet werden, um bestimmte Metallionen im Körper zu binden und sie unschädlich zu machen. Das ist besonders wichtig bei Vergiftungen durch Schwermetalle wie Blei, Quecksilber oder Arsen. Chelatoren werden auch in der Behandlung von Eisen- oder Kupferüberladung, wie sie bei Krankheiten wie Hämokromatose oder Morbus Wilson-Vorkom eingesetzt. Darüber hinaus finden sie eine Anwendung in der Radiologie zur Bindung radioaktiver Metalle, wodurch sie eine wichtige Rolle in der Nuklearmedizin spielen. Allerdings birgt die Chelatherapie auch Risiken und Nebenwirkungen natürlich. Sie kann beispielsweise zu einem Ungleichgewicht von essentiellen Mineralien und Spurelementen führen, da Chelatoren nicht nur schädliche, sondern auch wichtige Metalle binden können. Weitere mögliche Nebenwirkungen sind allergische Reaktionen, Nierenfunktionsstörungen und Elektrolytungleichgewichte. Deshalb sollten sie nur unter medizinischer Aufsicht und nur bei ganz klarer medizinischer Indikation angewendet werden. In der alternativen Medizin wird die Chelatherapie leider für Zwecke eingesetzt, die wissenschaftlich nicht fundiert sind. Einige Praktiken behaupten beispielsweise, sie können Herzkrankheiten, Autismus oder andere chronische Zustände behandeln. Diese Ansätze sind jedoch absolut irrsinnig und können nicht funktionieren. Das hält aber natürlich keinen Charlatan davon ab, damit Kohle zu machen. Und was eine Therapie, die ganz explizit als Schwermetallfänger entwickelt wurde, oder mit einem Eiweißmolekül zu tun hat, ist mir übrigens ein Rätsel. Er wird aber bestimmt bald irgendwelche Erklärungen liefern. Es war aber tatsächlich so, dass es mir bereits am Mittwoch, also genau am Tag danach, schon irgendwie besser ging. Ich hatte mehr Energie, konnte mehr auf sein. Ich fühle mich einfach trotzdem, bin belastbarer, würde ich das tatsächlich sagen. Und was für mich schon an ein Wunder grenzt. Ja, lasst uns also eine anonyme Aussage zu einem völlig subjektiven Parameter Belastbarkeit einspielen. Seid ihr nicht überzeugt? Na dann, ihr seid auf meinem Kanal richtig. Und das hat mich dazu bewogen, zu überlegen, ob nicht auch im Zusammenhang mit einer solchen Chilierung sich die Spikes verändern würden. Und dazu bin ich gekommen, weil ich einen Artikel gefunden habe, wo nach einer Impfung es zu Nekrosen auf der Haut gekommen ist und wo man eine Chelatherapie einsetzte, die dazu führte, dass die Blutgefäße sich dort erweiterten und dass die Nekrosen weniger wurden. War es eine echte Studie, in der bei dieser Indikation wirklich eine Chelatherapie zum Einsatz kam? Das kann nicht wahr sein. Hier, ich habe die Studie gefunden und was steht hier? Behandlung. Alle Patienten erhielten eine Behandlung. Davon erhielten acht Patienten orale Glycocorticoide nach einer Pulstherapie oder Stoßtherapie mit Methylprednisolon für ein Patienten. Ein Patient wurde mit zwei Dosen von 500 mg Methylprednisolon ohne Fortsetzung mit oralen Glycocorticoide behandelt. Insgesamt wurden vier Patienten mit Colchizin behandelt als Monotherapie und ein in Kombination mit Glycocorticoide. Also die guten alten Steroide und Colchizat kamen zur Anwendung. Das hat nichts mit irgendwelchen Chelatoren zu tun. Das ist die ganz normale, gewöhnliche Therapie, mit der man das Immunsystem bei einer falschen Aktivierung wie bei einer Autoimmunkrankheit etwas runterfährt. Und dieselbe Therapie gibt man übrigens auch bei Gicht. Was für eine gigantische Lüge also. So krass habe ich es selten erlebt. Er lügt einfach, ohne mit den Wimpern zu zucken. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Und das habe ich hier umgesetzt. Und diesen Fall, diesen Case Report würde ich jetzt gerne vorstellen. Wir sehen also hier vom 21.03. Ich hau mich weg. Das muss doch ein selbstfabrizierter Befund sein. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das muss doch ein selbstfabrizierter Befund sein. Das kann doch nicht ernst sein. Hier steht ganz groß. Mikrobiologischer Befund. Seine Spikes werden also im Rahmen einer mikrobiologischen Untersuchung gefunden. Jetzt dämmert es mir, warum sein erster Satz so komisch war. Ich denke, dass das hier alles frei erfunden ist. Guckt euch das mal an. Wo sind denn hier Namen und Adresse des Labors? Wo sind die Patientendaten? Wo ist die Auftragsnummer? Das sieht auf den ersten Blick unglaublich amateurhaft aus. Nachdem ich diesen wundervollen Befund etwas länger studiert habe, ist mir doch aufgefallen, dass da oben doch etwas steht. MMD GmbH Magdeburg. Ich habe diese Firma gefunden und schnallt euch fest. Ich habe diese Firma gefunden und schnallt euch fest. Ich konnte einfach nicht glauben, dass dieser Befund echt ist und habe deswegen das Labor angerufen. Ich habe leider niemanden erreicht. Daraufhin habe ich eine E-Mail geschrieben, aber natürlich auch darauf keine Antwort bekommen. Dann habe ich ein wenig nach der Laborinhaberin Professor Brigitte König gesucht und wurde leider fündig. Die Frau Professor hat im Rahmen des Impfausleitung-Kongress mit Pferdedoktorin Lässernich einen Vortrag gehalten. Die Sache ging so weit, dass Menschen behaupteten, dass Geimpfte durch ihre Ausscheidungen die Umwelt vergiften würden und praktisch laufende Biowaffen wären. Herr Warren hat zwar versucht, diese Gerüchte zu kontern und bezeichnete diese Idee selbst als Science Fiction, aber die Kasse war schon aus dem Sack. Und dann kommt noch unsere Pferdetierärztin dazu und erzählt diesen Mist weiter. Mittlerweile wissen wir, dass das Beikrotein nach der Immunung im Körper von Pferden zirkuliert und sehr wahrscheinlich über die Atemluft, über die Haut und über Körperflüssigkeiten wie Schweiß, Speichel oder Sperma ausgeschieden wird. Man kann nur den Kopf schütteln und sagen, Tierarzt bleibt bei deinen Pferden. Apropos Pferde, was sagen die Pferde zu diesem Vortrag der Pferdedoktorin? So, wir fragen mal, was die Pferde davon halten. Was sagst du dazu? Tja, was sollte man von einem Professor halten, der bei so einem Kongress mitmacht? Naja, vielleicht kriege ich noch eine Antwort. Und gleich ein Update dazu. Ich habe tatsächlich eine kurze Antwort erhalten, sogar von Frau König persönlich. Sie schrieb, sehr geehrter Herr Hegedüsch, der Befund ist von uns. Wir bezeichnen alle Befunde rund um das Thema Mikrobiologie einschließlich Virologie als mikrobiologische Befunde. Diese umfassen auch Nachweise von zum Beispiel Toxinen, Protogenitätsfaktoren. Dabei ist es uninteressant, ob die Befunde mittels klassischer Anzüchtung, mittels PCR oder mittels ELISA erhoben werden. Bei weiteren Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Brigitte König. Hm, seltsam. Und dann haben wir diese Untersuchung noch einmal gemacht, um zu sagen, ist das denn nun wirklich so? Und das hatten wir am 30.03. also nochmal eingeschickt und hatten am 3.04. diesmal schon das Ergebnis und da war nichts. Und da haben wir gesehen, Mensch, diese Proteine, diese Speichproteine sind nicht immer da. Ja, falls sie jemals da waren, wäre es zu erwarten gewesen, dass sie spätestens in ein paar Wochen verschwinden, wie bei jedem einzelnen Menschen. Also irgendeine Situation, einen Träger, irgendeinen Einfluss geben, der dazu führt, dass sie mal mehr, mal weniger da. Und da es ja keine Impfung gab, sondern eine Infektion, muss man ja davon ausgehen, dass möglicherweise das Virus noch irgendwo steckt. Hä? Das ergibt doch keinen Sinn. Und da gibt es ja Studien, die zeigen, prospektiv bei Patienten mit einer Lungenerkrankung, an der sie dann verstorben sind, längste Beobachtungszeit 105 Tage, dass man in der Bronchial-Lavage und auch in den PCR-Absprüchen des respiratorischen Sekreten, also Utum, keine Spikes und auch keine Viren gefunden hat. Als die Menschen aber gestorben waren und man sich in der Salami-Taktik genauer angeguckt hatte, fand man in dem Bronchialknorpel und in den Paracrylendrüsen das Virus, was erklärte, dass bei diesen Patienten eine Entzündung, eine Lungenentzündung, die nicht näher erklärbar war, stattgefunden hat und letztendlich zu diesem Tod geführt hat. Das stimmt, steht genauso im Abstrakt. So was kann aber nur ein Virus und kein einzelnes Eiweiß. Daher verstehe ich nicht so richtig, was diese Information uns in einem Gespräch über eine Impfung, die bekannterweise kein vollständiges Virus beinhaltet, bringen sollte. Ach so, ach so. Er wollte damit eigentlich erklären, warum bei seinem nicht geimpften Patienten mit Fatigue-Syndrom einmal auffällige und einmal unauffällige Werte gemessen werden. Er denkt, dass das Virus trotz negativem Test aktiv sein muss, wie in der gezeigten Studie. Okay, ich habe aber trotzdem keine Ahnung, was er damit sagen will. Und hier sehen wir also jetzt, auch in der Blutuntersuchung, dass wir zu einem anderen Zeitpunkt gar keine Spikes finden. Und dann haben wir überlegt, wie sieht das denn aus? Und das war natürlich ein Versuch. Wir wussten ja nicht, wenn wir diese Untersuchung jetzt machen, wie das Spikes finden würden. Und in diesem Fall haben wir im Plasma geguckt und haben das Blut abgenommen, gelb markiert, vor der Chelatierung oder Chelierung und grün unmittelbar danach. Und das eingesetzte Mittel wird im Labor auch dafür verwendet, um zum Beispiel Spikes aus der Antikörperverbindung, der neutralisierenden Antikörper zu lösen. So könnte man also noch zusätzlich argumentieren, dass durch die Gabe des Chelatmittels die vorhandenen Spikes, die vielleicht irgendwo gebunden waren und gar nicht im Plasma zu sehen wären, in der ersten Untersuchung durch die Gabe des Chelatmittels freigesetzt werden würden. Und es hätte auch sein können, dass wir in der Zweitmessung mehr Spikes finden als in der ersten. Aber wir haben ganz erfreulicherweise eine Drittelung finden können und haben also in einem Zeitraum von vier Stunden sozusagen zwei Drittel der vorhandenen Spikes auflösen können oder den Körper dazu veranlassen können, dass er sie auflösen kann. Falls ihr nicht ganz versteht, was er eigentlich sagen möchte, ihr seid daran nicht schuld. Es ergibt nämlich keinen Sinn. Er benennt das benutzte Medikament nicht. Er erzählt selbst, dass er eigentlich eine Erhöhung des Wertes erwartet hätte und für den erniedrigten Wert liefert er keine verständliche Erklärung. Wir können sein Ergebnis natürlich nicht nachvollziehen, da uns die Details, die Methodik überhaupt nicht bekannt sind. Und genau deswegen sollte man immer genau angeben, was gemacht wurde, ansonsten können wir nicht nachprüfen. Wir reden außerdem von einem einzigen Fall. Dieser eine einzige Befund kann unter anderem durch eine falsche Abnahme, falschen Transport, Messstörung, durch das verabreichte Mittel oder durch andere technische Faktoren bedingt sein. Da Frau Professor König mir netterweise anbot, mir bei weiteren Fragen zur Verfügung zu stehen, habe ich sie dazu befragt. Ich werde euch hier meine E-Mail einblenden, ihr könnt das auch in Dua durchlesen. Aber eine Antwort habe ich in den letzten zwei Wochen nicht bekommen und ich denke, ich werde auch keine mehr kriegen. Schade. Herr Wichert erzählt uns aber noch ganz spannende Sachen über Stuhlanalysen, die sie auch nebenbei machen. Wir haben also den Stuhl vor Entgiftung, also morgens, wenn man nichts macht, um herauszufinden, was leitet der Patient eigentlich aus, wenn wir nichts tun. Und da der Patient natürlich Nahrungsergänzungsmittel bekommt, um mitrichionerale Mikronährstoffe zu optimieren, ist es auch nicht ganz ungewöhnlich, dass man Molybden und Selen findet. Kobalt in dieser Form ist sicherlich nicht über irgendwelchen übermäßigen B12-Gaben zuzuordnen, sondern eher dem natürlichen Vorkommen in den Lebensmitteln. Wir müssen das mal ein bisschen abkürzen. Ihr seht, dass Sie im Morgenstuhl, welcher noch vor der Chelatherapie abgesetzt wurde, ganz viele Metaller gesehen haben. Jetzt kommt es aber. Dann gab es einen zweiten ganz interessanten Fall, nämlich während der Chelatierung musste unser Patient auf die Toilette und hat, weil er was missverstanden hatte, den Stuhl gesammelt. Und das ist etwas ganz Eigentümliches, was wir sonst nie machen, so eine Zufallsgeschichte. Also hier hat uns irgendjemand mal das Glück in die Hand gespielt und wir sehen, dass schon unter der Chelierung die hier vormals auffälligen Werte im Stuhl, also im Morgenstuhl, einfach gar nicht mehr vorhanden waren. Und wir allenfalls bei Zinn und auch schon weniger als vorher noch etwas sehen und die anderen Werte sind weg. Die Therapie ist also so gut, dass der Stuhl schon während der Chelatierung von Giftstoffen befreit sein soll. Aber wisst ihr, wie lange der Stuhl im Darm war, bevor er rauskam? Das war noch Essen vom Vortag oder vom Tag davor und die aktuelle Therapie hatte genau null Einfluss auf die Zusammensetzung. Er scheint zu denken, dass der Stuhl irgendwie instant entsteht. Er wandert nicht stundenlang durch den Darm, sondern ist plötzlich da. Jeder kennt ja den berühmten Raketenstuhl, der in schon fester Form durch den Menschen saust und eine Momentaufnahme der aktuellen Stoffwechselprozesse bietet. Und dann haben wir den Stuhl nach der Entgiftung, das heißt also am Folgetag, der Morgenstuhl, wo wir ja noch die Take-Home-Dosis mitgegeben haben, für immer in gewissen Abständen das orale Mittel zu geben. Und da sehen wir, dass die Substanzen Kobalt, Molybden und Silen auch wieder auftreten, Pupen und Garn jetzt auch vermehrt ausgeschieden werden. Und das kann natürlich nicht dadurch entstehen, dass der arme Mensch aufgeregt vor der ganzen Behandlung einmal bei euch Dünnpfiff hatte und man dadurch niedriger Werte sah. Nein, es muss an der stuhltransformierenden Wirkung der magischen Therapie liegen. Meine Güte, so ein unendlicher Blödsinn. Übrigens, alles was im Stuhl ist, wurde nicht aufgenommen und wurde ausgeschieden. Diese Werte können Hinweise auf eine Umweltexposition liefern, aber haben keinen anderen medizinischen Stellenwert. Vor allem sind sie nicht zum Screening auf irgendwas geeignet. Wir fassen also zusammen, wir haben mit dieser Relatierungstherapie erreicht, dass wir innerhalb von vier Stunden die an dem Tag gemessenen Spikes um zwei Drittel haben reduzieren können. Das stimmt nicht. Die Fakten sind lediglich diese. Sie haben bei einem einzigen Menschen einen Rückgang eines dubiösen Spike-Proteinwertes festgestellt und dieser Mensch hat zwischen den zwei Blutentnahmen eine Therapie mit einer unbekannten Substanz erhalten. Sie können weder eine Kausalität beweisen, noch eine nachvollziehbare Erklärung der Ergebnisse liefern. Sie haben also gar nichts und man muss sich doch fragen, wozu dieses Video gut war, indem sie eigentlich nur über unglaublichen und übrigens nicht vorhandenen Vorteile einer Chellatherapie gesprochen haben. Wir haben gesehen, dass, obwohl wir in der Vollblutmineralanalyse eigentlich als Sand im Getrieger keine toxische Metallbelastung gesehen haben, in den Depots etwas gelöst. Und wir haben unter der Infusion bereits eine Veränderung der Befindlichkeit des Patienten gehabt, wo wir überhaupt noch nicht wussten, wird das jetzt besser oder schlechter. Und ihr habt einfach weitergemacht. Ihr wusstet nicht, ob es eurem Patienten besser oder schlechter gehen wird und ihr habt einfach weitergemacht. Aber es hat sich was getan und der Patient hat nun uns eine kleine Sprachnachricht gegeben als Statement dazu, was mittlerweile sind ja zehn Tage vergangen, sich in der Zwischenzeit getan hat. Und die möchte ich Ihnen in diesem Video dann als Podcast-Beitrag einspielen, sodass Sie die komplette Authentizität dessen haben, was von Patientenseite berichtet wird. Ansonsten möchte ich aber an dieser Stelle noch etwas anderes anfügen. Ich bilde ja auch aus und in diesem Jahr möchte ich auch wieder einen Ausbildungsplatz zur oder zum MFA. Wir sind also ein gemischtes Team. Um Gottes Willen, tun Sie das bitte nicht. Was für eine Ausbildung sollte denn das sein? Das, was ich in diesem Video gesehen habe, Fehlinterpretation von Studien, fehlendes Verständnis, normale Körperfunktionen, direkte Beziehung zu Personen, die fragwürdige Laboruntersuchungen anbieten und 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 und. Macht mir keinen Mut. Wir waren vor kurzem bei O-Ton Allgemeinmedizin zu Gast und haben dort ausführlich erzählt, warum solche pseudowissenschaftlichen Praxen gefährlich sind. Wenn ihr mehr dazu erfahren möchtet, werde ich die Folge unten verlinken. Ich denke, es ist wirklich gut geworden. Lasst uns aber zum Schluss noch die Nachricht des Patienten anhören. Heute ist Freitag und ich habe letzte Woche Dienstag eine Schildadtherapie bei Dr. Wicher durchführen lassen, weil ich seit zweieinhalb Jahren an ME-CFS leide und mein Puls immer viel zu hoch ist. Ich nehme auch schon herzfrequenzsenkende Tabletten ein und trotzdem ist das immer sehr schwierig, gerade auch mit den Pots. Und ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass nach der Schildadtherapie, dass es mir danach erstmal wieder schlechter geht, dass mein Körper Ruhe braucht zum Verarbeiten. Und es war aber tatsächlich so, dass es mir bereits am Mittwoch, also genau am Tag danach, schon irgendwie besser ging. Ich hatte mehr Energie, ich konnte mehr auf sein, dann habe ich gemessen, dass mein Puls war immer fünf bis zehn Schläge im Schnitt niedriger bei allen Aktivitäten fast, außer beim Gehen vielleicht. Das ist okay, aber vor allem beim Stehen, Sitzen und Liegen. Und ja, das scheint sich einfach bemerkbar zu machen. Und jetzt haben wir ja schon anderthalb Wochen später, der Effekt hält noch an. Ich habe natürlich immer Angst, dass es wieder verloren geht. Und jetzt muss ich mit Pacing ganz doll aufpassen, weil ich jetzt natürlich dazu neige, auch über die Stränge zu schlagen, weil das Gefühl halt mal auch so schön ist. Ich bin zwar noch sehr müde und alles, also bin ich geheilt, aber ich fühle mich einfach trotzdem, bin belastbarer, würde ich das tatsächlich sagen. Ich konnte sogar mal länger auf sein und mein Schlafrhythmus hat trotzdem funktioniert. Ich konnte trotzdem schlafen und was für mich schon an ein Wunder grenzt. Das lasse ich unkommentiert. Ich denke, dass die Sache auch ohne meine Anmerkungen klar ist. Das war wieder wie erwartet ganz furchtbar. Wir sehen uns aber bald wieder. Ich habe einige spannende, ganz neue Themen in der Pipeline. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen oder hören uns bald. Ich verspreche euch, wir werden uns auch bald hören. Bis bald.